Smoothies für Deine Diät Zutaten Pfirsiche Lavendelblüten, getrocknet oder frisch Mandelmilch Vanilleextrakt Honig Eiswürfel Zubereitung Erster Pfirsiche schälen, entkernen und in Stücke schneiden. Zweiter Lavendelblüten waschen, falls frisch oder trockene Blüten verwenden. Dritter in einem Mixer Pfirsichstücke, Lavendelblüten, Mandelmilch, Vanilleextrakt, Honig und Eiswürfel hinzufügen. Vierter alles gut mixen, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist. Fünfter in ein Glas gießen und nach Belieben mit frischen Lavendelblüten garnieren. Sechster genießen Sie Ihren erfrischenden Pfirsich-Lavendelschlummertrunk. Dieser Smoothie eignet sich besonders gut als beruhigender Schlummertrunk vor dem Zubettgehen dank der entspannenden Wirkung von Lavendel und der sanften Süße der Pfirsiche. Zubereitung 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 Untertitelung des ZDF, 2020